Also ich bin die Lisa Marie Witte, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Dortmund, bin bei HP in Ratingen. Ich bin jetzt im ersten Semester, studiere Wirtschaftsinformatik, Application Management und ich bin bei HP, weil es einfach eine riesige internationale Familie ist, bei der man halt super gute Möglichkeiten hat, eine tolle Ausbildungszeit zu verbringen. Man kann ins Ausland gehen, man hat super coole Leute, mit denen man die ganze Zeit rumhängen kann, sowohl nach der Uni als auch während des Studiums, man verliert eigentlich nie den Spaß und das ist mir eigentlich ganz ganz wichtig beim dualen Studium, so dass man den Spaß nicht verliert, weil wenn man keinen Spaß hat, möchte man nicht lernen und ich glaube, das geht vielen so und ja, ich bin einfach gerne bei HP und ich hoffe einfach, dass ich noch lange dabei sein kann.